Guck mal, kannst du mal selber mit dem Finger dagegen drücken? Aber es tut so weh, wenn es rauskommt. Ich mache es, ich schwöre es. Probier mal, ob du selber dagegen drücken kannst. Aber ich kann nicht. Oder tut es weh? Tut es weh? Also Tim, bis jetzt gerade hat es nicht weh getan. Was wünschen du aber noch für den Scheiß der Herzen? Ich habe doch gar nichts gemacht. Nein, das kannst du aber gar nicht versuchen. Aber probier mal, ob du den Heider so selber bisschen rauskriegen kannst. Nein! Ich mache nichts. Nein! Nein! Sollen wir dann morgen zum Oliver gehen? Nein! Doch! Ich habe den Fett in den Fernraum. Nein! Ich habe den Fett in den Fernraum. Ja, wir sind der Guten. Hallo! Ja! Ach, der ist doch Zahnnach. Der kann doch die Ganz-toe wegmachen. Das ist so fisch. , der macht da Zauberbruch. Der macht...